Was für eine Überraschung! Kalanta Wollny, 20, hat sich optisch völlig verändert und zeigte sich ihren Fans mit einem Komplett. Kalanta Wollny wagt etwas ganz Neues, nachdem die 20-Jährige ihre Follower zuletzt in Sorge versetzt hatte, weil sie wegen gesundheitlicher Probleme eine Social-Media-Pause angekündigt hatte, meldete sie sich vor wenigen Stunden bei ihrer Fan-Gemeinde zurück, mit einer Überraschung im Gepäck. Die junge Mutter hat sich nämlich einer krassen, optischen Veränderung unterzogen. Kalanta Wollny hat sich von ihrer dunklen Mähne verabschiedet und hat sich ihre Haare knallrot. Mit dem Ergebnis ist sie super happy. Wie sie ihren Followern verriet, schrieb sie zu einem ersten Selfie mit nur. Auch die Fans der Wollny-Tochter sind begeistert von ihrem neuen Look. Das Rot steht dir gut, meint ein User. Ein anderer schreibt, wow, Hammer. Dabei ist es nicht das erste Mal, dass sich Kalanta Wollny einer optischen Veränderung in der Vergangenheit hatte. Die 20-Jährige bereits blonde, schwarze Hörer. Abgesehen von ihrer neuen Frisur ist es um Kalanta Wollny in den letzten Monaten allerdings eher still geworden. Während die TV-Bekanntheit noch im letzten Jahr unter anderem mit einem öffentlichen Streit mit Mama Sylvia Wollny für Schlagzeilen sorgte, scheint sich die 20-Jährige im Gegensatz zu ihren Schwestern zunehmend zurückgezogen zu haben. Vor wenigen Tagen dann die Überraschung. Erstmals zeigte sie sich bei Instagram öffentlich mit ihrem Freund und sorgte mit ihrem süßen Kuss-Fotopromp für, die sie jedoch leider direkt wieder dementi wollen ließ. Eine schrecklich große Familie läuft immer mittwochs um 20.15 Uhr auf RTL 2 oder jederzeit bei TV. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017